Gott geht sein Licht in die Welt, Christus will ein Licht in der Nacht. Zündet ein Licht in der Welt, bleibt sein Licht in der Nacht. Was bewegt uns in dieser Adventzeit? Die schönen Düfte, die einem entgegenstoßen, wenn wir in diesen Raum reinkommen. Ich möchte gerne Schritte setzen, die mich Gott näher bringen. Und ich möchte einfach mehr Platz in meinem Leben für Jesus schaffen. Ich bewege das Wort eine Rettungsgasse schaffen, damit der Retter Platz hat zum Durchkommen. Mich bewegt stelle Zeiten und die Musik. Mich bewegt jemanden Freude zu bereiten und sich zu nehmen, Zeit zu nehmen füreinander. Mich bewegt das Keksebacken, damit ich Freude mache den anderen. Und mich bewegen die Menschen, die mit Advent fast gar nichts mehr anfangen. Und Sie und Euch, was bewegt Euch? Ich bin also hier. Aber sie ist ja klar.